ja leute was geht ab willkommen endlich wieder zurück also es heißt endlich willkommen zurück auf den cjn youtube 4.7 kanal und jetzt fragen sich alle bestimmt so du wolltest doch was erst später machen oder so wenn du einen pc und so hast und das alles würde ich jetzt in diesem video erklären wenn man internet man nicht so kacke wäre oder oha oha was du ein ping ist das denn ja komm hoch wenn es mal so würde zu lecken ja dann spielen mich erhält eben halt keine runde gehen und zwar ich habe in meinem video gesagt dass ich aufhören würde mit youtube ist ein pc habe und so und dann habe ich einen live kanal gemacht und da wollte ich nur leistung weiß es vermisst habe zu machen da bin ich auch leicht gegangen aber dann habe ich da in das feld gestartet und dann haben gesagt er macht das doch dann auf den hauptkanal oder so oder fahrende macht doch einfach weiter den hauptkanal oder so und da sagen die meisten voll unlogisch oder so ich konnte mich auch nicht entscheiden ich mach nur zu tun um mich zu entscheiden so ich habe natürlich vermisst hier zu machen aber ich wollte es erst später machen so bis ein pc aber und so ich habe man eh mein onkel gesagt ich mach mit und so und dann habe ich auch mit ihm über diese sachen geredet über die sache was ich mache und das ist jetzt lieber kein mache mich ein pc habe und so dann meinte er es meinte also er hat dann gesagt er findet ist gut dass ich mache was ich mache was mir spaß macht so also youtube aber er meint sie mir lieber auf mein weiter auf meinen kanal weiter zu machen weil dann kann er ja so lange weitermachen bis er irgendwann genug geld um sich ein pc zu holen zu dann habe ich ja mehr abonnenten anstatt dass ich warte einfach und komme entscheiden und ich habe mich jetzt entschieden ich mache lieber weiter auf meinen hauptkanal anstatt so ein live kanal zu machen oder so und dann noch so ein letzter hochzuladen und willkommen wieder zurück auf diesem kanal und das heißt die info und so und wenn ihr fragen noch stark stellen oder so dann schreibt einfach in die kommentare dann würde ich darauf antworten und hier jetzt haben wir noch in diese runde zu ende weil diese kleine flasche in der fischung normal bevor ich ihn seine anschauen was sie war du hast du schon mutter halt hier holen auch die gar die schelle mit der kurde gar wir sind verscheid den jüdiger wir wollen kein stress und wir haben nur an sondern hund und vor jetzt habe ich mal die kleine bietet was denkst du bist was denkst du bist wule bühne bühne wule wule kommt doch her kommt ich bin jetzt weiß denn das in mitte schule komm 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 heute halte ich noch ganz ehrlich was jetzt kaputt wurde ab und ja leute ich freue mich unnormal dass ich hier weiter machen also mal weitermachen ich konnte mich echt nicht entscheiden ich wollte auch gern mit meinem youtube kanal weiter machen aber dann dachte ich mir nur so ich war ein bisschen pc aber dann würde ich auch mehr erfolg oder zu haben aber ist besser so wenn ich jetzt machen weil dann werde ich noch abonnenten dazu bekommen anstatt sich einfach nur warte und so meine abonnenten sind mir sehr wichtig weil einfach gut zu machen ohne abonnenten und so wenigstens habe ich 53 abonnenten und ich bin noch ein 50 abonnenten sind schon viel weißt du 53 leute kennen dich stell mal vor du läufst einmal in der stadt rund 53 leute kommen so weißt du für mich ist schon 53 viel aber es gibt es auch die haben zwei millionen und so wissen da will ich gar nicht wissen wie viele leute einfach kommen wenn die einmal so fern treffen oder so machen und ja ja auf jeden fall hoffe ich es freut euch wieder sich noch mal weitermachen und ja ich habe gesehen auf meine kanal infos schon leute ihr seid damit krassen dass wir schon über 1000 aufrufe haben und wisst ihr welche ehrenmänner mich unterstützt haben wo ich mein live kanal gemacht habe geht mal jetzt an der rüber und push immer bitte die war immer dabei bei jedem einzigen live ich bin war mir dabei dann hier und die machen auch lustige videos ich meine meine ganze klasse wissen schon dass die videos machen weil die sind ja meine klasse abonniert die immer bitte alle auf ihre also die beiden weil die machen so challenges so ähnlich wie die trainpost oder so zum beispiel keine ahnung so einfach challenges oder so so getränke mixen da machen die so irgendwie wenn ich du mir oder so also ganz neues kanal guck ich noch immer sich noch immer rein wenn ich lange weile habe dann kostgamer ex könnt ihr auch gerne unterstützen am und sie ist glaube ich gerade live wenn ich mich in irren aber auf jeden fall auch sehr neister kanal unterhaltsam auch jetzt noch einmal zu ende bitte bitte komm bitte ich bin ja das war's mit dem video wenn du noch ein paar fragen zu dem thema was ich jetzt erzählt habe so wie sehen was ich jetzt auf meinen hauptkanal weiter mache dann schreibt es einfach in die kommentare und so hoffe es freut euch dass ich euch hier weitermachen ich freut es sehr ich habe das so vermisst ihr könnt alle meine freunde fragen und wir sehen uns bis zum nächsten mal